Motorsport, das muss man einfach spüren. Es ist halt der Klang, es ist das Gefühl, wenn die Autos an dir vorbeizischen und einfach diese Spannung. Man feiert das eine und das ist der Motorsport. Man mag schnelle Autos, man mag coole Autos, laute Autos. Wir haben in den letzten zwei Monaten mit über 8000 Teilnehmern einen DTM SimRacer Cup organisiert und heute ist das große Finale. Die zehn besten Fahrer betteln sich heute darum, um ein Cockpit in der DTM-Shoppy. Dass man in dem virtuellen Space quasi so die Möglichkeit hat, so ein bisschen wie die Profis vom echten Motorsport zu sein und das ist einfach das Geile. Der Wettbewerb und die Competition, die ist halt einfach real und das ist genauso, steigert man sich dann da rein wie im echten Auto, sag ich mal. Ich finde die ganze Competition, das Grundkonzept mega geil. Den Leuten halt wirklich möglich zu machen, vielleicht einen Rennsitz zu bekommen, das ist enorm viel Geld. Die meisten können nicht mal davon träumen, weil es so absurd ist. Wir haben ein Wochenende für die Teilnehmer, für die die besten Teilnehmer organisiert, inklusive Übernachtung, Verpflegung, einen Abend mit Red Bull, mit Bar, mit Drinks. Die Jungs sollen ein geiles Wochenende haben. Das ist einfach echt Wahnsinn. Das Hotel ist genial, der ganze Aufbau großartig. Allein dieses Wissen, ich bin hier dabei für so ein richtiges E-Sports-Event, genial. Dann die E-Sports-Jungs, die uns mit Moritz und Marcel, die uns da ein bisschen mit an die Hand genommen haben, noch kleine Feinheiten uns gezeigt haben. Ich kann jetzt aus Erfahrung sprechen, jetzt kommt es sehr nahe ins echte Fahrenrand. Ich bin in dieses echte Auto eingestiegen, bin aus der Box gefahren, die ersten paar Kurven, Bremsmanöver und so weiter und ich habe mich gefühlt wie am Simulator. Was ich richtig geil fand, war halt das Kartfahren mit den Leuten hier, weil einfach auch die Menschen hier sind genial. Man kann mit allen reden, man kann sich Tipps holen. Mit dieser Truppe Kartfahren war einfach herrlich. Das ganze Programm war echt der Wahnsinn, was hier alles veranstaltet wurde. Das mitzuerleben ist mir schon echt viel wert und mir ging es eigentlich die ganze Zeit um die Übung. Ich war eigentlich nur für Lernen und so weiter hier, dass man was mitnehmen kann und was ich jetzt hier sehen kann, ist echt der Wahnsinn. Danke Mediamarkt und danke DTM für dieses absolut geile Event, das ihr organisiert habt. Gerne wieder solche Events. Vielen Dank nochmal an Mediamarkt und die DTM, das war alles ein super geiles Event. Ist auch nicht selbstverständlich und ich bin da echt sehr gefangen.